Okay, okay, Moment. Wir gehen erstmal hier oben hin. Wir könnten den ja hier lassen. Probieren wir es mal. Und zwar nun. Gehen wir hier weg. Und gehen hier drauf. Komm schon. Noch ein kleines Stückchen. Oh ne. Ohne Shit. Okay. Okay, okay, okay. Boah, mitten in den Flammen. Oh ne. Ich werde hier gerade richtig auseinandergenommen. Ich hau hier alles raus. Oh verdammt, es geht wieder nach unten. Ein Klon. Also der mit dem Hammer geht mir jetzt schon auf die Nerven. Yes, 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 yes. Hui. Gerade noch weggekommen. Einmal noch den Zeus. Na gut, warum nicht? Wir bleiben hier drüben stehen. Holen die Kleinen somit weg. Ich glaube, oben bekommen wir so oder so Mana. Ah, wir müssen die Gegner noch besiegen. Aber wenigstens bleiben wir oben. Au. Einmal in der Ecke und man kommt nie wieder raus. Nein. Ich will den decken. Die anderen sind alle entwaffnet. Haben aber noch die volle Rüstung. Nein. Okay, raus. Hier macht die Rolle. Ich nehme den hier und mache den hier. Dann mache ich den hier. Nein. What? Wir waren noch weg. Jetzt hält der mich auch noch fest. So ein elender Bock. Ich habe wenig Lebensenergie. Ich habe verdammt wenig Lebensenergie. Ich brauche einen Klon. Okay, 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 okay. Gib mir das. Endlich raus hier. Es geht immer noch weiter. Aber wenigstens Lebensenergie und Mana. Dann schauen wir hier noch hin. Eine rote Druhe. Wow, 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 wow. Ich dachte schon. Okay, können wir weiter nach oben? Ah, hier hin. Bloß nicht nach unten sehen. Hui. Hier geht es ziemlich weit nach unten. Apollo ist riesig. Moment mal, können wir hier drüben weiter? Nee. Wir müssen hier hin. Wow. Okay. Okay. Okay, okay. Okay, immer noch nach oben. Oh Mann. Dann kriegen wir das hin. Dann kriegen wir das hin. Wo müssen wir hin? Da drüben hin? Merkwürdiger Sprungwinkel. Da unten sind Druhen. Na, da geht doch was. Da unten war eine rote Truhe und auf der Seite waren zwei rote und eine weiße. Ah, den nehmen wir auch noch mit. Achso, da kommen wir so oder so hin. Ja dann, kein Problem. Müssen wir gar nicht nachdenken. Oh. 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 Hui. Mein Herz. Eine Keule. Und neue Gegner. Ich nehme die Keule. Oh, meiner mit Schild. Okay, dann müssen wir erstmal hier das Schild wegreißen. Ich meinte den Schild. Das, den. Ihr wisst ja. Das alte Problem. Geh grellt. Aus 1 macht 2. Komm, ich brauche einen Klon. Oh. Sehr schöner Treffer. Ich sollte meinen Klon upgraden. Mal sehen, was dabei rauskommt. Oh. Beides synchron. Wir haben die Wahl. Die Qual der Wahl. Andererseits, es wird eher für dich Wahl geben. Slow. Und dran. Und auch nicht. Hm. Ach, hier noch ein Auge. Hätten wir da eben gerade noch eine Feder bekommen? Na gut, dann einmal hier bitte rein. Und wir nehmen. Rage-Anzeige verbessern. Oh Gott. So viel. Wir könnten hier ein bisschen weitermachen. Andererseits Feuer. Na ja. Na komm. Alles klar. Den Rest, den sparen wir mal. Man weiß ja nie. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin, die Hauptwaffe ein wenig zu verbessern. Auf jeden Fall Mana. Was haben wir hier? Ein Eintrag. Schon wieder so einer. Oh, hier oben kommen neue Gegner. Der Ofen. Natürlich. Ein Zyklop. Erstmal den hier. Slow, slow, slow. Okay, wir machen die Rolle. Wir brauchen ein bisschen Energie. Dann können wir abragen. Vorbei mit dem Rage. Erstmal den Fliegenden backholen. Noch ein Fliegender. Achtung, ein Troll. Zyklon. Zyklon. Okay, den kriegen wir. Komm schon. Ich finde den Schnitt hier verdammt cool gemacht, wie die Gedärme rauskommen. Hat auf jeden Fall was. Oh Mann, noch mehr Fliegende. Yes, eingefroren. Aus 1 macht 2. Okay. Ich habe hier drüben den Weg freigemacht. Hallo Freunde. Sag mal, wie viele kommen denn hier noch? Ach, machen wir den hier. Okay. Okay, Moment. Ich mache einmal die Fähigkeit. Na, endlich. Na, endlich. Der Weg ist frei. Jetzt erstmal ein bisschen Mana mitnehmen. Da wären wir. Der Ofen. Was genau können wir hier tun? Das sieht mir nach einem Aufzug aus. Da hätten wir die Kohle. Hm. Gehen die da rein? Und hier drin? Gehen wir mal hier hin? Ah, sieh meine Hand. Das machen wir hier. Das machen wir ja. Das machen wir die Uhr hin.